Ein kleiner Hoki. Jetzt gibt es Steinumarmung. Ein kleiner Fels mit Mütze. Das Kind des Helden zu uns des Steins. Jetzt müsste ich die Schuhe pressen können. Überrollen. Geht das nicht weiter? Schade. Oh, da hoch geht es. Waren wir da schon mal oben? Das ist eine Abkürzung. Müssen wir ja nicht immer. Und man kommt hier auch ohne Schwert und Zeugs hin. Ist ja toll. Das hätte man auch nicht früher sagen müssen. So einfach kommt man hier rüber. Jetzt gehen wir noch eine Mimik umarmen. Das waren nur die Flüte die man bekommt. Wir sind nur auf Liebesmissionen unterwegs. Ach und jetzt kommen wir hier nicht durch verdammt. Oder doch. Wir haben hier keine Schaufeln mit. Dann gibt es hier auch ein Weg, wo die durchkommt. Ja, diesmal passt es. Nach dieser Erinnerung. Wir müssen die Mimik umarmen gehen. Wir nehmen das Schwert vor sich selber mit. Ich hoffe es wird auch mitnehmen. fucking, ich hoffe es! Nein, das haben wir noch nicht versucht! Jetzt haben wir hier nicht versucht. Ein Wasserkanele. Jetzt haben wir noch nicht versucht. Und Wasserpannele. Und den Zug machen wir aber noch nicht am Modus. Musikentwickler. Jetzt ist keine Musik mehr am Level. Ja. Okay, Schaufel braucht man. Mr. Hux. Okay, ich ändere mal den. Können wir gerne den Charakter ändern. Aufgespießte. Wutloser. Wutloser. Ghost Root Ever. In den Standard Helden. Das war gewollt. Na komm, er ist tags und dann die Schaufel holen, das kann man hier nicht mehr hoch. Den Kompass brauche ich gerade nicht, bin ich schon selbst groß. Ich habe eine Idee, wo wir die dunkle Not finden. Dann müssen wir ihn noch einmal besiegen und einmal mehr Armen. Jetzt wird es schaufeln. Schön mit dem Strom. Zisterne. Gut Platz. John Delgado ruht hier. Er wird in Ordnung bleiben für Q&A und 20 Code. Oha, okay. Ich habe keine Ruhe für die Flammen. Er ist früh gestorben. Oh nein, keine Grabbeständigung. Das wollte ich nicht, aber jetzt wo wir schon mal da sind. Vielleicht gibt es ein Ending. Und wir können uns einfach nur schäden. Was wir ihn ausgegraben haben. Und King Hass von anderen Entwicklern. Wer ist denn so böse? Wer ist zu schäden? Ich habe es zu schäden. Okay, ich habe es zu schäden. Okay, ich habe es zu schäden. Fahrradzeichen. Da kommen nur die bösen Leute hin. Hi, I am David Renner. I did international German Translation. So.. New Strings for German Translation. I also did Managing of New Language before. Okay, der hat deutsche Übersetzung gemacht. Polnische Übersetzung. Und Koreanische Übersetzung. italienische übersetzung noch mal die italienische besetzung der türkischen besitzung gemacht brasilianisch portugiesisch die übersetzer hier die andere jetzt dann auch deutsch übersetzt brasilianer portugiesisch nein heute noch die wicke machen übersetzer ist die erdbeere und muss er bären wirklich lieb um einen berg dafür zu besteigen rocky hat sich auf dem rückweg ein bein gebrochen das erdbeere was absolut wert erzbeere das auch ein schönes ending zwei wochen später muss die karte mal umbenennen in tunigen zweig kehrte nie vom makro berg zurück was war los mit diesem ort sein entfernte korsange beschloss dorthin zu gehen um zu sehen ob er ihn finden konnte oh ähm da war der wichtel deswegen ist korsange ok schon nach wie vor schaufeln und und Mr.Huck versuchen nach wie vor zum Schluss zu kommen und dann nur den Bösewicht oder den Prinzessin und den Mimik umarmen ich denke dass hier vielleicht der der Bosskämpfer der dunkle Nord wartet dunkelste Brücke es wird wohl schon so sein da waren wir mal nie ok wir sollen das was werden ok wir sollen das was werden die Bombe zum Beispiel ne ist nicht so gewollt die Bombe zum Beispiel Sonst können wir irgendwie auch nicht gehen wir halt zurück Wir haben eine Mission Okay, hier kommen wir nicht hoch Okay, hier kommen wir nicht hoch Okay, Ambershof Hier wollen wir mal zwitsch Und dann würde ich mal sagen Umarmen Umarmen Das geht nicht Okay, die Mimik umarmen können wir nicht Okay, wir müssen den Haken mitnehmen Aber dann können wir nicht umarmen Okay, nehmen wir das Schwert mit Das muss gut sein mit den Wenn wir die Bombe haben, brauchen wir die Schaufel nicht Wir brauchen den Greifhaken hochzukommen Schwert, Schaufel, Greifhaken Ja, wir brauchen die Bombe, weil sonst können wir Schwertbombe Greifhaken Jetzt brauchen wir noch die Greifhaken, verdammt Ich habe mich verpasst Machen wir das Ending noch, von dem ich weiß Zwerges Cousin war so ein neugieriger Held Neben diesem Tank dachte er Was würde passieren, wenn ich in der Nähe an dieser Bombe bleibe Während sie explodiert Mehr Verbrennungen und Splitterfragmente Im ganzen Körper sind passiert Versuche das nicht zu Hause In 28 2 Tage später 2 Tage später 41 Tage 19 Schmerzhaften Splitterfragmente In der Haut von Zwerges Cousin Haben wirklich geholfen Am nächsten Tag früh aufzustehen Ja Man kennt es Die Bis zum nächsten Mal.